Hi Leute, hier ist wieder euer Theon und ich habe eine fette Überraschung von euch. Viele von euch haben sich schon mal gewünscht, dass ich sowas wieder mache, ein Gewinnspiel. Und dieses Revenspiel wird sich sofort drehen, also so drehen. Wir werden einen Battle Pass verlosen in Fortnite für 10€, also einfach eine 10€ Payside Card. Wer mitmachen will, schreibt es unter dieses Video in den Kommentaren, Hashtag bin dabei. Wer mitmachen möchte, am Samstag wird ein Ausfluss, 20€ in den Fortnite-Stream. Achtung geht's los, ich hoffe, ihr seid dabei, genießt gerne noch den rechten Videos und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wie gesagt, Hashtag bin dabei und in den Kommentaren. Und dann seid ihr dabei, wir sehen uns dann. Ciao. Just Movie Spawn, ich morgen kommt zu Start der Lobby. Mach, ey, komm mal schnell Start der Lobby, bevor das Spiel endet. Ihr müsst euch ja mal umbringen. Können wie Demi guckt. Epic. Die haben hier einfach, Max, die haben hier einfach eine doppelte Tür eingebaut. Ja, ihr habt ganze Map. Welche Epic Games. 2, 1. Ich bin klar. Was? Da kommt der Mann aushalb der Zone noch. Oh, Baby. Du wurdest geteilt. Herr, oh mein Gott. Was ist mit dem Mini-Shield los? Der backt hier einfach ab. Ich bin nur da ein Bomb. Ja, der war dein Mann los. Ey, lass uns auf. Hier schon wieder eine doppelte Tür. Ist der Back, ey, Mann. Ja, hier ist der Back auch noch. Ja, aber ich weiß. OMG. Wer hat dieses krasse Versteck? Warte kurz. Von mir backt der Golf, nigga. Wieder. Neue Runde. Also, 1-1. Beides zu krass. Denn die sind halt perfekt. Timing sogar noch. Der fackert einfach gewühlt alle Bäume ab. Weißt du, der Emote heißt Höhenüberladung und ich lese einfach Hirnblutung. Kennt ihr schon Hirnblutung? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Musik Junge Auf Auf Hä? Schau Ja Der Junge ist da Ja Der Bucker Alter Schreck Knopf Ey aber unser Bunker ist in der Koppelgarten Ich glaube wo ich bin Was ist das denn? Neue Alarmie mit der Bunker aus Ich nehm noch Ey da ist noch was Diese ganze Porn hier weg Digga bei mir steht das ganze TNT da noch Jo bei mir auch Jo zippt es noch mal an Ne 500 Blöcke Wir haben doch was vergessen Das geht nicht Ich glaub der Server hat kein Bock mehr Jetzt schneit es auch noch Ey unser Bunker hat aber standgehalten Ja Ja Mann hat Oh ich hab's aber nicht erwischt Ich trete mich grad auf die Kanone drauf Was Ja Ich durfte einfahren Ich bin der Ich bin der Ich bin der Ich bin der Es geht richtig Dieser Tag ist richtig Ich bin der 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.